Moin Leute, schön, dass ihr euch dieses Video anschaut. Ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, auf meinen Partner MMOGA. Auch wenn kein Intro mehr läuft von meinen Videos, weil ich das nach einer gewissen Zeit her ziemlich nervig empfunden habe, habe ich dieses Intro nämlich entsorgt und bin natürlich weiterhin Partner und ich möchte euch natürlich auch weiterhin informieren, was es momentan so gibt. Aktuell zum Beispiel Cyberpunk zum Vorbestellen für 45,99. Wer Bock hat, kann es tun, wer nicht, der nicht. World War 3 aktuell im Sonderangebot, genau wie Ghost Weekend Breakpoint ist ein Beta-Access-Key und Monster Hunter World, der EU-Key für 24,50 ungefähr. Unter anderem findet ihr natürlich auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Euro Truck Simulator sucht, oder man sollte es natürlich auch richtig schreiben, dann findet ihr natürlich auch alle kompletten Euro Truck Simulator-Spiele. Hier findet ihr gerade eine ETS 2 Komplett-Edition für 30 Euro, noch nicht mal 30 Euro, 29,50 mit, ich glaube, ziemlich vielen DLCs. Unter anderem natürlich auch die Pain-Shops sind drin. Das ist heftig. Also, wer noch nichts hat, schaut mal unten in die Videobeschreibung rein, Link ist verlinkt und ein Hinweis für euch, alle Käufe, die über meinen Link getätigt werden, unterstützen mich auch ein klein bisschen. Von daher Dankeschön an alle, die sich diesen Link vielleicht oben in die Fafo-Liste packen und vielleicht demnächst mal was kaufen. Dankeschön, macht's gut, Leute und Tschüssikowski, ciao!